Herzlich Willkommen bei KLM Logistik in Rheine. Ich bin Georg Grebe und freue mich Ihnen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen kleinen Einblick in unsere Dienstleistungen zu geben. Neben den Ein- und Auslagerungen von Tiefkühlprodukten ist, wie Sie es hier sehen können, die Fertigstellung von Sortimentskartons, die wir unter anderem für den Lebensmittelhandel und Großverbrauchern durchführen, eine langjährige Spezialität unseres Hauses, egal um welche Produkte es sich hier behandelt. Unser Standort in Rheine, direkt an der Autobahn A30 gelegen, ist logistisch schnell für Sie zu erreichen. Das gesamte KLM-Team freut sich, auch für Sie tätig sein zu dürfen.